Australien ist das Land des Outbacks und der unendlichen Weite, aber fast 90% der Menschen leben in großen Ballungsräumen, viele davon in Gegenden, wo mehr Leute wohnen als in Berlin. Also Stadt oder Land? Diese Frage, die muss man für Australien ganz anders beantworten als in Deutschland, denn es gibt Unterschiede, die man aus Europa so gar nicht kennt. Mein Name ist Chris, geboren und aufgewachsen in Deutschland, jetzt seit über 15 Jahren in Australien und abonniert gerne diesen Kanal, wenn euch das echte Leben in Australien interessiert. Natürlich hängt es ganz von dir ab, ob du lieber auf dem Land oder in der Stadt wohnst, ob es besser ist, sich in den vibrierenden Metropolen unter das Volk zu mischen oder in einem besinnlichen Dorf das Glück zu suchen. Darum geht es heute und mit dabei ist Maren. Hallo Maren. Hallo Chris. Maren, bist du ein Stadtkind oder bist du ein Landkind? Also ich bin so ein richtiges Dorfkind und trotzdem würde ich mich als Auswanderer in Australien nicht unbedingt auf dem Land wohlfühlen und das hat auch seine Gründe. Okay, und was ist der Hauptgrund, würdest du sagen, warum du nicht in Canamala im Outback wohnst, sondern hier lieber in Brisbane am Fluss flanieren gehst? Canamala, ja. Canamala ist schön mit seinen Hotsprings und den ganzen Schafen. Aber das Landleben in Australien, das funktioniert anders als in Deutschland. Der Kontrast ist viel, viel stärker und unter anderem deshalb, weil man in Australien auf dem Land halt auch total isoliert ist. Die Distanzen sind einfach viel, viel größer, als man sich das vorstellen kann und man kann leicht hunderte von Kilometern von einer Großstadt entfernt wohnen. Das heißt, wenn du in Deutschland auf dem Dorf wohnst, wir haben damals ungefähr eine halbe Stunde Autofahrt gebraucht bis zur nächsten Kleinstadt zum Einkaufen einmal die Woche und das kann hier in Australien locker hunderte von Kilometern sein, dass man wirklich, eine Freundin von mir, die braucht sieben Stunden bis zum nächsten Supermarkt und das ist halt eine ganz andere Nummer. Ja, ihr müsst einfach bedenken, dass es in Australien mit einer Landfläche von 7,7 Millionen Quadratkilometern gerade mal fünf Städte mit einer Million Einwohnern oder mehr gibt. Und zwar Adelaide, Sydney, Brisbane, Perth und Melbourne. Und selbst Australiens Hauptstadt Canberra hat nur knapp 400.000 Einwohner. Das heißt, sobald man sich eben außerhalb dieser wenigen Städte befindet, verliert man sofort den Zugang zu sehr viel Infrastruktur. Genau, und das würde ich halt auch nicht unterschätzen. Und egal auf welcher Ebene man das betrachtet, die Jobmöglichkeiten, die Bildung, also gute Schulen, deine Infrastruktur, die du gerade genannt hast, die Kultur, viele Events, das gibt es halt vor allem in den Städten. Ja, Jobmöglichkeiten natürlich ein ganz wichtiges Thema, gerade wenn man neu im Land ist. Viele der großen Firmen sind in den Städten angesiedelt, zum Beispiel die Commonwealth Bank of Australia oder die Fluggesellschaft Qantas, die sind beide in Sydney oder der größte Telekommunikationsanbieter Telstra, der ist in Melbourne. Außerdem gibt es natürlich einen viel dynamischen Arbeitsmarkt in den Städten und je nach Beruf kann es um einiges schneller und einfacher sein, eine Arbeit zu finden. Bildung ist auch klar, gute, prestigeträchtige Schulen befinden sich vor allem in den Städten. Genau, und hier sollte man vielleicht hinzufügen, dass das australische Schulsystem aus einer Grundschule und einer gemeinsamen weiterführenden Sekundarschule besteht. Also nicht wie in Deutschland ein geteiltes System mit Hauptschule, Realschule, Gymnasium und halt der Gesamtschule. Aber es ist halt so, dass alle Schulen hier in Australien relativ transparent bewertet werden. Das heißt, man kann also einsehen, welche Schule in welchen Bereichen besonders gut punktet. Also Anzahl der brennenden Mülleimer 0. Das war tatsächlich bei mir früher auf meiner Grundschule so, ja. Und wer es sich leisten kann, der schickt seine Kinder auf gute Schulen. Das heißt, die Australier haben auch eine große Bereitschaft, dann in diese Einzugsgebiete zu ziehen. Und diese guten Schulen, die sind halt vor allen Dingen in den Städten. Genau, und die Leute, die auf dem Land leben, die schicken ihre Kinder dann auch in die Stadt zur Schule. Nämlich auf Boarding-Schools, Internate, wenn sie es eben leisten können. Okay, also Jobmöglichkeiten und Bildung haben wir jetzt geklärt. Aber ich möchte mal kurz auf Infrastruktur zurückkommen. Was ist denn mit der Nähe zum Flughafen? Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Also ich habe mal eine Weile in Toowoomba gelebt. Und das waren so ungefähr zwei Stunden bis zum Flughafen. Und Toowoomba ist jetzt nicht super weit im Outbacks. Das sind halt wieder zwei Stunden. Und trotzdem muss man überlegen, wenn ich zum Flughafen fahre, sind das jedes Mal zwei Stunden extra anreise. Wenn ich Besucher abhole, sind das immer vier Stunden extra, die man braucht, um Leute abzuholen. Und das erdiert sich auf, aber das meine ich jetzt eigentlich gar nicht. Was ich meine ist, in den australischen Städten, da gibt es gerade für Einwanderer viele Dinge aus dem Bereich Infrastruktur, auf die man angewiesen ist. Zum Beispiel sämtliche Ämter. Egal, ob ich jetzt irgendwelche Dokumente oder mein Visa beantragen oder erneuern muss, Bibliotheken, Vereine, öffentliche Parks, all solche Dinge. Moment, zu Parks muss ich gleich was sagen, weil das ist oft eine Fehlwahrnehmung, die man im Ausland hat. Also in Deutschland verbindet man ein outdoor-orientiertes Leben mit dem Leben auf dem Dorf, auf dem Land. Und das ist hier in Australien anders, zumindest in manchen Teilen Australiens. Denn in der Stadt und in Stadtnähe, da gibt es viele öffentliche Parks, es gibt ganze Wälder, in denen Mountainbike-Pfade zum Biken einladen, es gibt öffentliche Skaterrampen, Basketballplätze und so weiter. Und das ist auf den Dörfern mitunter Mangelware. Und in und um die Dörfer herum gibt es kaum öffentliches Land, sodass man tatsächlich meistens, meines Erachtens, auf dem Dorf viel weniger Möglichkeiten hat, sich draußen frei zu bewegen. Es sei denn, man hat eine eigene riesige Farm. Genau, aber das sollte man eben halt auch nicht unterschätzen. Die Grundstücke im ländlichen Australien sind riesig. Man kann Elkers oder hektarweise Land günstig erwerben, so viel Land kaufen, dass man es an einem ganzen Tag zu Fuß oder auch per Pferd nicht umrunden kann. Und relativ günstig, das kostet dann oft ähnlich viel Geld wie ein Haus in der Stadt. Je nachdem, welche Ansprüche man hat. Und wie weit man von der Stadt entfernt ist. Auch das, genau. Aber die Frage ist halt, ob man das in seinem ersten Jahr in Australien schon möchte. Ich denke, der Traum von viel eigenem Land, der kann ruhig ein paar Jahre warten, bis man sich auch besser in Australien auskennt. Und bis man weiß, welche Erde fruchtbar ist, welche Gegenden zum Beispiel überflutet sind und wo es relativ sicher ist. Wo was wächst. Welche Grundstücke vielleicht nur auf den ersten Weg attraktiv sind. Das ist auch alles Dinge, die man am Anfang gar nicht so im Blick hat. Zum Beispiel kenne ich mehrere Grundstücke, die sehen total grün aus und total romantisch überwachsen. Aber das ist gar keine gesunde Natur. Sondern das sind alles eingeschleppte Pflanzen, Ranken, die auf den ersten Weg halt einen schönen Eindruck machen, wenn man das so sieht. Aber die eigentlich alles an lokaler Fauna und Flora zerstören. Und solche Dinge sollte man halt wissen. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe großen Respekt vor Landwirtschaft, aber es ist halt einfach brutal. Wettermäßig ist das nochmal Deutschland mal 10. Also wer in Deutschland kein Landwirt war, der sollte es auch nicht einfach so in Australien versuchen. Klar, du hast aber auf jeden Fall in einem Punkt recht, Maren. Wenn man in Australien denkt, dann denkt man halt nicht an die Großstädte, die sich ja doch weltweit alle irgendwie ähneln. So Ketten, Großmärkte, Pendlerverkehr, die hektischen Menschenmassen. Ich denke halt, dass man auswandert, weil man gewisse idyllische Vorstellungen von Australien hat. Und vielleicht auch, weil man ganz anders als in Deutschland leben will. Umgeben von Kängurus, abends am Lagerfeuer sitzen, dem Raschen der Eukalyptusblätter zuhören, solche Dinge halt. So stellt man sich das halt irgendwie vor, wenn man von Australien träumt. Und so kennt man es auch aus Australienshops oder keine Ahnung, australischen Restaurants. Mir ging das zumindest damals so. Und man muss auch ganz klar sagen, diese Realität gibt es in den ländlichen Regionen. Und zwar eigentlich genau so, wie das Klischee besteht. Genau, inklusive der Cowboy-Hute und dem breiten australischen Busch-Azent. Und wenn du das so erzählst, dann wird mir auch ganz warmes Herz, weil mir geht es halt auch so. Ich habe viel Zeit im Outback verbracht, auch wenn ich momentan halt am Rand einer Stadt lebe. Auch wenn es hier sehr grün ist und wir viel Platz haben, aber es ist halt trotzdem am Stadtrand. Und ich bin wirklich gerne auf dem Land. Ich auch. Ich fahre immer gern hin, so für den Urlaub oder für ein Wochenende. Aber irgendwann bin ich auch wieder froh, dass ich zurückkomme. Ja, ich habe auch viel auf dem Land gearbeitet und es hat schon seinen gewissen Reiz an eine gewisse Romantik. Aber es kommt halt mit vielen Nachteilen. Und zwar gerade, wenn man eben erst in Australien aufgeschlagen ist und sich erstmal eine Existenz aufbauen muss. Ich denke, zumindest anfangs sollte man sich erstmal in einer Stadt oder in der Stadt näher aufhalten. Das reicht ja vielleicht, wenn man relativ schnell an den Orten ist, wo man hin muss und seine Jobmöglichkeiten hat. Und auch relativ flexibel sein bei seiner Ortswahl. Man hat nämlich gar nicht so oft die Auswahlmöglichkeiten. Und das mit dem aufs Land ziehen, das kann man immer noch später machen. Vielleicht nach zwei, drei Jahren, vielleicht nach fünf Jahren. Wenn man eine Arbeit hat, eine permanente Aufenthaltsgenehmigung und vor allem eine Perspektive. Ja, und die Statistik unterstützt das ja auch. Ich weiß den Prozentsatz jetzt nicht auswendig. Aber der überwältigende Teil der Migranten, die neu nach Australien kommen, der geht halt nach Sydney und Melbourne. Und mir fällt auch noch ein weiterer Grund ein, warum man in einer Stadt erstmal besser aufgehoben ist, wenn man hier ankommt. Und zwar ist die Atmosphäre in den Städten wie überall weltweit erstmal offener, multikultureller und es ist einfacher, wichtige soziale Kontakte zu knüpfen. Und es ist auch nicht so schlimm, wenn man ständig in kulturelle Fettnäpfchen trifft, weil man sich in der Großstadt ja auch aus dem Weg gehen kann. Auf dem Land ist das anders. Wenn man sich da mit kulturellen Eigenarten nicht gut auskennt, vielleicht unsensibel ist und vielleicht total unschuldig und aus Unwissenheit sich mit seinen drei Nachbarn verscherzt, dann kann das natürlich zur gesellschaftlichen Ausgrenzung führen. Also ich würde australisch sein erstmal in den Städten üben, bevor ich mich trauen würde, raus aufs Land zu gehen und mich von so einer sehr kleinen Community auch in gewisser Hinsicht abhängig zu machen. Außerdem in Städten gibt es auch Clubs für Deutsche, deutsche Events, Karneval, gemeinsames Fußball gucken, was weiß ich. Man kann sich austauschen, man kann voneinander lernen, das ist hilfreich, kann ich wärmstens empfehlen. Und das sage ich, obwohl ich jetzt nicht auch der übergesellige Typ bin, der hier mit jedem gleich rumkumpelt. Ja, außerdem sind australische Städte einfach wunderschön. Es gibt generell wenig Problemviertel. Wir sind ja jetzt hier in Brisbane und es ist einfach eine unglaublich saubere, gepflegte, schöne Stadt, in der viel schöne Infrastruktur neu geschaffen wird. Egal, ob jetzt neue Spielplätze gebaut werden oder Ecken neu begrünt werden. Und das ist einfach ein schönes Gefühl, hier zu leben. Also es ist kein so einengendes, bedrückendes Gefühl der Unsicherheit und der Enge, sondern es ist wirklich ein schönes Gefühl. Und das kenne ich aus Deutschland teilweise leider ganz anders. Ja, stimme ich dir absolut zu. Also ich komme ja aus der Nähe von Frankfurt und da gab es natürlich auch so einige Gebiete, die echt Sperrgebiete waren und heute noch sind. Und ich kenne es auch aus anderen großen deutschen Städten wie Köln oder Berlin. Wobei man auch sagen muss, es gibt zwischen den Städten in Australien krasse Unterschiede. Auch in Western Sydney gibt es Hotspots, soziale Problemviertel. Also hier ist auch nicht alles rosa rot. So, ich würde jetzt gerne nochmal aufzählen, warum es auch Vorteile hat, aufs Land zu ziehen. Wenn auch vielleicht nicht sofort. Wie wir schon gesagt haben, wir haben die Ruhe und die Nähe zur Natur, das ist überall auf der Welt gleich. Wer den Kängurus beim Grasen zu sehen möchte, der ist in Greenbound besser aufgehoben als im Sydney CBD. Auf dem Dorf gibt es generell stärkere Gemeinschaftsbindungen, wenn man es schafft, Teil der Gemeinschaft zu werden. Und das haben wir ja schon gesagt, das ist nicht unbedingt gegeben. Vor allem als Ausländer sehr schwierig. Als Ausländer sehr schwierig. Es gibt ja auch noch relativ patriotische Menschen, die vielleicht nicht ganz so offen sind gegenüber Leuten aus dem Ausland und nicht jede Kultur sofort annehmen. Der Wohnraum ist auf dem Land günstiger. Das heißt, man kann deutlich größere Grundstücke erwerben. Wenn man also seinen Traum hat von wirklich viel Land, dann muss man halt schon ein bisschen weiter nach draußen ziehen. Die Städte, da sind die, ja gut, hier haben auch viele Leute Häuser und so die Grundstücke in den umliegenden Stadtteilen sind auch so 400 bis 1000 Quadratmeter, würde ich sagen. Das ist ja nicht wenig Land. Aber wenn man jetzt diesen australischen Traum von wirklich, ja richtig, so weit das Auge sehen kann hat, dann muss man weiter raus. Man kann mit Kauberstiefeln und Wranglerschins durch einen Ort laufen, auf dem Land. Das geht in der Stadt nicht so. Ich würde nicht sagen, man wird komisch angeschaut, aber man fällt halt sofort auf als jemand, der vom Land kommt oder aus dem Ausland kommt. Und man kann natürlich dem Border Collie auf dem eigenen Land das Stöckchen werfen. Das sind alles diese Sachen, die natürlich auf dem Land auch ein bisschen einfacher sind als in der Stadt. Um, ich sag mal, so ein Pferd zu halten oder solche Dinge, diese typischen Dinge, die man mit Australien verbindet. Das ist vielleicht auf dem Land auch ein bisschen einfacher. Zur Verteidigung der Städte möchte ich aber noch anführen, dass ein viel höherer Anteil der Bevölkerung hier in Häusern wohnt, im Gegensatz zu Wohnungen. Also es gibt einfach mehr Fläche hier und historisch war es einfach so, dass die Australien alle in Häusern wohnen. Es ändert sich ein bisschen, aber immer noch, finde ich, fühlen sich Städte ein bisschen luftiger an, ein bisschen weniger verdichtet als in Deutschland. Und jetzt hatte ich mir vorher darüber Gedanken gemacht, ob ich sage, dass der Verkehr hier besser ist. Aber wenn ich das sage, dann werde ich gleich von vielen Deutschen, die hier in Australien wohnen, immer im Stau stehen, Prügel bekommen. Also je nachdem, wo man wohnt, kann man auch hier jeden Tag im Stau stehen. Aber ich würde mal sagen, im Vergleich zu Deutschland ist der Verkehr schon noch ein bisschen entspannter. Deutlich entspannter, ja. Vielleicht nicht in Sydney, aber in anderen Großstädten. Ja, Sydney ist ja vielleicht eine Ausnahme. Aber ansonsten würde ich sagen, im Vergleich zu dem, was ich in Deutschland erlebt habe. Ich habe mal in Hamburg gewohnt und der Weg zur Uni war eine Katastrophe jeden Tag. Aber dafür gibt es ja halt auch viel öffentlichen Nahverkehr, muss man fairerweise sagen. Das heißt, in Australien nicht so in dem Maße wie in Deutschland. Ja. Generell gibt es auch Dinge, von denen man vielleicht glaubt, dass sie in der Stadt besser sind, aber das stimmt überhaupt nicht. Zum Beispiel in Naturkatastrophen, da ist man in der Stadt ebenso wenig sicher wie auf dem Land. Und diese typischen Gefahren, vor denen Touristen oder Auswanderer Angst haben, zum Beispiel gibt es im Brisbane River Bullenhaie, ja. Die sind gefährlich und auch leicht tödlich. In meinem Garten, da leben jede Menge Spinnen und Schlangen. Also ich habe hier Rotröckenspinnen, ich habe hier alle Arten von Schlangen, egal ob Pythons oder Giftschlangen. Mein Sohn wurde in der Stadt auf dem Parkplatz vor einem Spielplatz von einer Schlange gebissen. Also nicht auf dem Land, sondern in der Stadt auf einem Spielplatz, also auf dem Parkplatz vor einem Spielplatz. Und während der schlimmen Überflutung 2011, da war das ein Stadtteil Brisbane, der über eine Woche komplett von der Außenwelt abgetrennt war. Also nicht auf dem Land, sondern mitten in der Stadt. Das heißt also, auch wenn die Städte einem erstmal so eine Sicherheit versprechen, ist das nicht unbedingt etwas, von dem man sich zu leicht leiten lassen sollte. Weil die Risiken sind jetzt nicht unbedingt so krass unterschiedlich, würde ich sagen. Wobei es schon Dinge gibt, die einen halt eher in der Stadt betreffen und eher auf dem Land. Also auf dem Land macht man halt eher einen Autounfall, weil man auf endlos geraden Straßen einschläft oder auf der Schotterpizze ins Rutschen gerät. In der Stadt fährt man halt im Kreisel in einem Auto hinten drauf, das nicht blinkt, um nur ein Beispiel zu nennen. Auf dem Land wird man vielleicht beim Überqueren einer Weide von einem Bullen angegriffen. Und in der Stadt wird man vielleicht von einem Hund gebissen. Einen der vielen schlecht ausgebildeten, erzogenen Hunde hier. Ich denke, man sollte auch bedenken, dass ihr vielleicht euer ganzes Leben lang an einem Extremort gelebt habt. Also zum Beispiel in einem winzigen, abgelegenen Dorf in Deutschland oder auf der anderen Seite im Zentrum Münchens oder Berlin. Dass ihr wirklich gar keine Lust auf das andere Extrem habt. Und ich denke, es gibt tatsächlich solche Fälle, wo man trotz aller Vor- und Nachteile einfach ganz genau weiß, wo man hingehört. Absolut. Und das ist auch ein sehr schönes Schlusswort. Ich denke, damit können wir es für heute belassen. Also vielen Dank, Maren, für diese angeregte Diskussion. Und ich hoffe, ihr konntet aus unserer Unterhaltung ein bisschen was mitnehmen, ein paar Denkanstöße. Letztendlich müsst ihr euch ja selbst entscheiden, was ihr möchtet und wohin es gehen soll. Aber je mehr ihr von anderen Auswanderern hört und euch mit deren Erfahrungen und Erkenntnissen beschäftigt, desto informierter könnt ihr natürlich auch eure eigene Entscheidung treffen. In diesem Sinne, danke Maren und tschüss. Gern geschehen. Tschüss. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo da oder einen Kommentar. Das erlaubt mir, weitere Videos zu produzieren und euch bei eurem Australien-Projekt zu unterstützen. Gerne höre ich auch von euren Gedanken zu dem Thema oder welche Art von Videos euch interessieren würde. Bis bald. Ich denke, man sollte auch bedenken. Ich denke, man sollte bedenken. Da spiegelt sich ein Hund in dem Spiegel. Ja, ich weiß, das ist total süß. Das ist echt lustig.